salut pilot willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal ja heute gibt es den zweiten teil unseres beginner guides und wir wollen uns um die piloten und implantat kümmern ein bisschen darüber reden für was sie eigentlich gut sind und vielleicht auch worauf man achten muss und dafür gehen wir mal auf unser inventar und auf den piloten reiter dort sehen wir sämtliche piloten die es gibt inklusive derer die wir über das inventar erwerben können oder die wir auch schon im besitz haben auch die piloten die für uns noch gänzlich gesperrt sind weil sie noch nicht in dieses inventar system integriert wurden sehen wir innerhalb dieser liste das erste was man wissen muss ist dass ein pilot immer eine spezielle waffengattung supportet mit ausnahme von neymar junior den sehen wir hier auch zweimal denn der supportet rakete und ansturmwaffen aber ansonsten supportet jeder pilot immer nur einen waffentypen eine waffengattung und nach diesen gattungen sind diese piloten sortiert oben haben wir die drei ansturm piloten danach kommen drei raketen piloten und so weiter und so fort nur damit gleich mal klar ist wie diese liste aufgebaut ist allerdings muss ich sagen finde ich das ganze auch relativ selbsterklärend ich meine wer guckt sich diese liste an und sieht so strahl marco yeti asami check ich nicht also das ist eigentlich relativ simpel und bedarf eigentlich keiner wirklichen erklärung aber ich möchte es einfach damit komplettes noch mal gesagt haben gut jetzt erst mal grundlegend wofür sind piloten eigentlich da piloten verstärken euren mech euer mech hat und wir gehen jetzt einfach mal ja lassen wir das also euer mech hat auf jeden fall immer je nachdem welche stufe er hat eine gewisse anzahl an lebenspunkten seine waffen machen eine gewissen schaden also gewisse schadenspunkte und das wird durch den piloten geboostet ja er verschafft euch quasi einen vorteil er macht euren mech langlebiger und eure waffen stärker das ist im prinzip das was ein pilot tut und das tut er auf zwei verschiedene arten und weisen dazu kommen wir aber gleich davor ist noch eine sache relativ wichtig es gibt vier verschiedene arten von piloten das sind einmal die seltenen piloten also die blauen das sind die die kriegt man auch hier die kann man sich hier im shop für 40.000 credits kaufen also die sind wirklich billig und schwach dann haben wir die epischen piloten das ist zum beispiel hier die nova in der mitte von den raketen waffen das ist so ein mittel ding die haben einen implantat slot mehr und so die sind schon ein bisschen besser von ihren stats und dann haben wir natürlich die legendären piloten das sind die gelben schrägstrich goldenen hier das natürlich die motherfucker sag ich mal der ganzen piloten also die hauen schon ordentlich rein und dann gibt es noch neymar junior das ist jetzt der erste pilot einer neuen piloten gattung nämlich die limitierten piloten die verfügen nicht nur über die fähigkeit zwei verschiedene waffengattungen zu supporten sondern auch über eine spezielle fähigkeit dazu kommen wir dann allerdings am schluss bevor wir auf die implantate gehen jetzt gucken wir uns mal den seltenen piloten red an red ist ein pilot den bekommt ihr gratis sobald ihr die piloten funktion über euren xp-pfad freigeschaltet hat piloten könnt ihr nicht von anfang an nutzen da braucht ihr eine gewisse anzahl an xp dann wird das freigeschalten und dann bekommt ihr red so links oben haben wir auch ihren namen stehen darunter natürlich welcher piloten gattung sie angehört man sieht es allerdings auch an der farbe und wir haben auch so ein lustiges infofeld hier an der seite da könnt ihr die geschichte beziehungsweise die biografie der charaktere nachlesen jeder charakter hat eine eigene biografie und die sind teilweise auch ganz so lustig geschrieben ja ist halt nett to know bringt euch aber nichts gut jetzt mag es natürlich sein dass wenn man sieht okay der pilot unterstützt ansturmwaffen und man ist vielleicht noch relativ neu in dem spiel dass man sich dann fragt okay was sind denn eigentlich ansturmwaffen woher soll ich das denn wissen also prinzipiell könnt ihr da auch in eurem inventar nachgucken wenn wir jetzt mal hier kurz zurückgehen inventar dann gehen wir hier auf waffen so und dann seht ihr hier ansturmwaffen darunter kommen die raketenwaffen die sind genauso sortiert wie halt die piloten auch trotzdem könnt ihr auch hier noch mal nachgucken welche waffen eigentlich genau unterstützt werden und das tut ihr indem ihr auf das ansturmschaden symbol drückt hier da ploppt dann so ein lustiger inforeiter auf und da könnt ihr dann hier unten schauen welche waffen da mit supportet werden also nur für die die ganz sicher gehen wollen darunter finden wir zwei implantatslots und darin unterscheiden sich die unterschiedlichen piloten gattungen auch in der anzahl ihrer implantatslots und das ist schon mal der ganz wichtige erste punkt seltene piloten das sind also die schwächsten piloten die es entweder for free oder tatsächlich für wenige credits gibt die verfügen nur über zwei implantatslots und allein diese tatsache macht sie eigentlich schon in der regel unbrauchbar denn du brauchst mindestens drei implantatslots um ein mech sag ich mal ordentlich mit dem piloten führen zu können noch besser sind natürlich vier implantatslots aber das ist den goldenen und den limitierten piloten vorbehalten gut auf der rechten seite finden wir oben ein level fällt den level fortschritt das ist ganz normal so wie halt bei waffen und mechs halt auch der unterschied besteht nur darin dass ihr keine credits oder a coins oder blaupausen oder sowas in der richtung braucht sondern für die rank ups also zusätzliche sterne benötigt ihr die piloten punkte das ist das was ihr oben links neben meinen credits seht die 40 da das sind piloten punkte die braucht ihr quasi um den rang zu erhöhen und zwischendrin das level dafür braucht ihr piloten xp und die könnt ihr euch entweder erkaufen über die a coins ich könnte jetzt hier sechs a coins zahlen um auf level zwei zu kommen zum beispiel oder ich spiele einfach mit dem piloten verdienen meine piloten xp und level das level quasi von selber hoch also prinzipiell wenn ihr geduld habt müsst ihr eigentlich nur die rank ups über diese piloten punkte zahlen darunter finden wir etwas anderes sehr wichtig ist nämlich die stats des piloten der pilot boostet euren mech nämlich nicht nur durch die implantate die auf ihm verbaut sind sondern er hat auch ich sag mal eine eigene art von fähigkeit boostet den den mech auch durch sich selber sozusagen also das heißt selbst wenn ihr keine implantate auf einem piloten habt könnt ihr den trotzdem drauf bauen und habt trotzdem einen vorteil davon sage ich mal piloten boosten wie bereits gesagt hauptsächlich lebenspunkte diverser mechs und natürlich die waffen und ihr seht hier drei punkte wir haben einmal mech lp also lebenspunkte das ist eigentlich relativ selbsterklärend dann haben wir einen allgemeinen waffenschaden das bedeutet den schaden bekommt ihr selbst dann wenn ihr euren piloten auf einem mech spielt der die falschen waffen trägt und dann haben wir den sturm waffen schaden den bekommt ihr noch mal zusätzlich dazu wenn ihr den piloten auf einem mech spielt der auch wirklich sturm waffen trägt das heißt wenn ihr zum beispiel wir reden hier gerade von einem piloten der ansturm waffen supportet wenn ihr jetzt zum beispiel red auf einem mech spielt der missile rack spielt was ja rakete ist und nicht ansturm dann bekommt ihr drei prozent waffenschaden zusätzlich das ist der allgemeine waffenschaden wenn ihr allerdings die richtigen waffen drauf spielt zum beispiel die karbon 12 oder so dann bekommt ihr insgesamt fünf prozent mehr waffen schaden denn dann kommen kommt ja noch der extra sturm waffen schaden obendrauf lange rede kurzer sinn wenn ihr einen piloten mit den entsprechenden implantaten auf einem mech spielt der die falsche bewaffnung hat dann entfällt der extra waffen schaden also der sturm waffen schaden in dem fall ihr bekommt nur den allgemeinen waffen schaden zusätzlich obendrauf und die mech lebenspunkte ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich ausdrücken können ja wichtig zu wissen ist natürlich auch wie viele lebenspunkte gibt denn euer pilot dazu wenn er mal max ist oder wie viel waffen schaden macht er da mehr und dazu können wir einfach auf das rang symbol drücken und dann sehen wir die kompletten stats die der pilot hat aufgegliedert in die einzelnen ränge die er quasi auf dem weg zum gemäxt sein beschreitet da seht ihr zum beispiel okay auf zwei sterne da hat dann der mech 3,9 prozent mehr leben auf drei sterne sind wir schon bei 5,2 und so weiter und irgendwann landen wir dann bei 17 prozent das heißt wenn jetzt zum beispiel red gemäxt wurde dann hat euer mech 17 prozent mehr leben und erhält einen allgemeinen zusätzlichen waffen schaden von 17 prozent sowie ein sturm waffen schaden von 12 prozent obendrauf das heißt wenn euer mech richtig ausgerüstet ist habt ihr am ende 29 prozent mehr waffen schaden und so ähnlich ist das natürlich dann auch bei den ganzen anderen piloten wenn wir uns mal die stats von zum beispiel einem epischen piloten angucken die nicht höhere stufe da sind wir dann schon bei 25 prozent mehr leben und 48 prozent mehr gesamt waffen schaden und wenn wir uns dann noch einen legendären piloten angucken da sieht es dann schon ganz anders aus da haben wir 40 prozent mehr leben und insgesamt 70 prozent gesamt waffen schaden obendrauf wenn alles richtig ausgerüstet ist und dann kommen ja noch die implantate dazu und zu den implantaten kommen wir auch gleich wir gucken uns nur mal ganz kurz noch den neymar junior an neymar junior ist ein limitierter pilot der ist an diesem fußballspieler angelehnt beziehungsweise das ist halt daran hat sich das ganze orientiert und mit dieser piloten gattung wird sich meiner meinung nach das spiel ziemlich stark verändern ich habe dazu auch schon extra video gemacht das heißt wenn euch das interessiert dann schaut doch mal in die video beschreibung da verlinke ich euch das video noch mal genau und der unterscheidet sich jetzt noch mal in einigen dingen zum einen hat der limitierte pilot ebenfalls vier implantatslots und er supportet statt nur einer einzigen waffen karton gleich zwei das heißt ihr könnt ihn entweder für ansturmwaffen ausstatten oder für raketenschaden oder für beides wenn ihr zum beispiel links ein missile rack und rechts karbon spielt was natürlich vollkommener unsinn wäre aber theoretisch wäre es möglich darüber hinaus verfügt der limitierte pilot über etwas das andere piloten überhaupt nicht haben und zwar einen sogenannten vorteil der verschafft eurem mech noch mal eine zusätzliche fähigkeit also quasi wie so eine art effekt und bei diesem piloten ist das der sprinter und den schauen wir uns jetzt auch mal an da drücken wir drauf und dann sehen wir aha dieser effekt sorgt quasi dafür dass wir 1,2 sekunden länger sprinten können ist gut wenn man vom water davon laufen muss und die sprint abklingt zeit also quasi die zeit zwischen dem ende eures sprints und dem moment wo er nur wieder sprinten könnt die beträgt minus vier sekunden das heißt ihr könnt wesentlich schneller wieder los rennen wenn man so möchte das nenne ich doch mal eine gute idee so und dann haben wir natürlich noch mal die stats der hat hier zum beispiel wesentlich mehr sachen als nur den schaden der hat auch noch die sprinter und die sprint abklingt zeit aber die ist gleich bleiben also ihr seht egal welches level es ändert sich prinzipiell nichts daran genau der hat eigentlich auch ähnlich wie der epische pilot eben hier 25 prozent mehr leben 25 prozent mehr allgemeinwaffenschaden ich glaube der sturmwaffenschaden ist ein bisschen höher als bei einem epischen piloten da gucken wir gleich noch mal ja genau genau das ist ein bisschen mehr also der ist noch mal so ein zwischenglied zwischen dem epischen und dem legendären piloten ist aber auch schwer damit vergleichbar einfach aus dem grund weil er doch so anders ist aber nur mal so am rande das ist eine neue piloten gattung das heißt wenn ihr jetzt gerade angefangen habt wo ihr dieses video seht oder wo es rausgekommen ist sage ich mal so dann wachst ihr jetzt quasi sowieso mit diesem neuen piloten auf und werdet über das spiel noch sehr viel über diese gattung lernen jetzt schauen wir uns aber mal die implantate an denn wir wissen piloten können implantate tragen was zur hölle ist denn das schon wieder und dafür gehen wir rechts unten auf den implantatsindex hier sehen wir jetzt alle implantate die es gibt die wo hier vorne schön zu sehen sind das sind die die wir bereits haben die anderen hier so ein bisschen abgedunkelt zu sehen sind das sind die die wir noch nicht haben die wir aber bekommen könnten und wie bei den piloten auch unterscheiden sich diese implantate in seltene epische und legendäre implantate wichtig zu wissen ist dass es nicht jedes implantat in jede ausführung gibt ja was meint denn der alte sagt damit jetzt schon wieder damit meine ich zum beispiel dass es hier den karbein schaden den gibt es als seltenes implantat also in blau den könnt ihr aber auch in lila haben also das epische implantat und ihr könnt es auch in gold haben das heißt ihn gibt es tatsächlich in allen drei varianten allen drei ausführungen mit dem sagen wir mal wo haben wir es denn genau hier mit der karbein nachladezeit zum beispiel da sieht es ganz anders aus die karbein nachladezeit gibt es meines wissens nach ausschließlich als legendäres implantat und als seltenes implantat da bin ich mir aber nicht ganz sicher deswegen gehen wir mal auf dieses implantat hier das ist der disk launcher die disk launcher nachladezeit auch dieses implantat gibt es ausschließlich als legendäres implantat genau wie die stasis barrierenhöhe für den penta andere implantate dafür müssen wir jetzt aber runter scrollen wie zum beispiel der disk launcher radius den bekommt ihr als seltenes also blaues implantat und als episches implantat aber es gibt ihn nicht als legendäres implantat ein relativ interessantes weiteres implantat ist für mortar und das ist hier die rocket mortar reichweite ihr wisst ja der rocket mortar kann erst ab einer entfernung von 46 metern schießen jeder feind der näher dran ist als 46 meter ist für den mortar nicht zu beschießen und der mortar spieler ist diesem gegner dann wehrlos ausgeliefert wenn er keinen schutz hat und dieses implantat verkürzt diese reichweite meines wissens nach könnt ihr wenn es gemäxt ist auf 36 meter schießen dieses implantat gibt es ausschließlich als seltenes implantat also in blau gibt es auch weder in lila also episch noch in gold legendär lange rede kurzer sinn nicht jedes implantat ist in allen ausführungen vorhanden so jetzt müssen wir die implantate noch in zwei verschiedene gruppierungen aufteilen es gibt zwei große übergruppierungen das sind einmal die implantate die die waffen boosten und einmal die implantate die die mechs boosten die implantate die mechs boosten kann man wiederum in zwei verschiedene gruppen aufteilen nämlich einmal in die implantate die allgemein mechs supporten unabhängig davon welche mechs es sich handelt und es gibt implantate die boosten nur bestimmte mechs untersuchen wir uns jetzt auch gleich mal ein beispiel raus um das zu verdeutlichen aber wir haben ja schon eins angetippt zum beispiel die c4 puls reichweite dieses implantat und es steht ja auch schon im namen könnt ihr ausschließlich auf c4 einsetzen denn nur der hat diesen impuls der den gegner stunt und ihn bewegungsunfähig macht oder zum beispiel das md heilungstempo es gibt nur den md der irgendwen heilt und dieses implantat bezieht sich auch nur auf diesen einen mech ihr könnt es natürlich theoretisch auch auf den gardien schnallen aber es bringt euch nichts weil der gardien dadurch ja nicht heilen kann das heißt viele viele implantate beziehen sich immer auf einen speziellen mech und auch das ist die einzige option wie ihr dieses implantat sinnvoll ausrüsten könnt dann gibt es allerdings noch eine andere gruppierung von implantaten das ist allerdings die minderheit sage ich mal und das sind implantate die man allgemein auf eine bestimmte gruppe von mechs anwenden kann oder tatsächlich auf alle mechs und es sind im prinzip eigentlich nur drei die haben wir hier das ist einmal hier der mech fähigkeitsschaden dieses implantat ist jetzt zum beispiel im plant hat das kann man nicht auf alle mechs anwenden aber man kann es auf alle mechs anwenden die direkten schaden mit ihrem effekt erzeugen das wären zum beispiel killshot der mit seinem dash schaden erzeugt oder mieter genau cheater der mit seinen minenschaden erzeugt redox der mit seiner verätzung schaden erzeugt was nicht funktioniert ist zum beispiel dieses implantat auf einen stalker oder einen brick house zu packen die überlegung ist natürlich folgende der brick house und der stalker die haben ja einen boost ihr effekt besteht ja darin durch ihren boost den schaden ihrer waffen um 50 prozent zu erhöhen und die überlegung dahinter ist ja das ist ja auch schaden auch eigentlich fähigkeitsschaden und deshalb müsste dieses implantat doch auch auf diesen mechs funktionieren tut es aber nicht da es nur ein indirekter fähigkeitsschaden ist durch den boost selber verliert der gegner ja keine lebenspunkte sondern es verstärkt ja nur die waffen über die der gegner dann schaden erleidet das heißt auf brick house oder auf keine ahnung orion oder auf stalker funktioniert dieses implantat nicht genauso wenig wie auf aris oder so das funktioniert nur auf einer handvoll mechs die eben durch ihren effekt direkten schaden verursachen aber es sind immerhin mehr als einer dann haben wir die abkling zeit das ist das genaue gegenteil denn hier funktioniert das implantat bei wirklich jedem mech denn jeder mech hat einen effekt und jeder mech hat auch eine abkling zeit und die kann man verkürzen mit diesem implantat das heißt die abkling zeit ist ein implantat das man tatsächlich auf absolut jedem mech nehmen kann vollkommen egal welche mech es ist ihr könnt es sinnvoll darauf usen die fähigkeiten dauer ist prinzipiell auch auf jedem mech einsetzbar allerdings gibt es da ein paar mechs die halt naja keine wirkliche dauer haben der killshot zum beispiel oder der cheater das sind ja das sind mechs die 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 lösen ihren effekt aus und das war es halt einfach ne oder auch guardian das ist ein die haben alle mech effekte abilities die nicht anhaltend sind sondern die kurz eine reaktion hervorrufen und dann ist wieder vorbei dieses implantat könnt ihr auf auf mechs nutzen wie beispielsweise panther für die stasis barriere oder redox für seinen für seine verätzung zeit ähm für solche dinge könnt ihr dieses implantat anwenden oder auch vom jahr aus auf egg ist für seine kuppel aber halt nicht auf mechs die ausschließlich ähm einen effekt haben der für eine kurze zeit wirkt und dann zu ende ist ja jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt dass man diese implantatsteile auch verschrotten kann und die frage die sich jetzt am schluss natürlich noch stellt ist wie viel bekommt man eigentlich jeweils für keine ahnung ein seltenes implantatsteil oder ein episches implantatsteil prinzipiell könnt ihr das sehen indem ihr hier auf den reiter verschrotten drückt dort werden dann alle eure implantate angezeigt und drunter steht wie viele implantatsteile ihr bekommt wenn ihr also ein implantat verschrotten wollt dann drückt ihr auf das implantat und habt ihr rechts unten diesen button verschrotten wenn ihr da drauf drückt verschwindet das implantat aus eurem inventar und ihr bekommt dafür die angegebene anzahl an teilen für seltene implantate seht ihr ja bekommt ihr 100 implantatsteile für die epischen 450 und für die legendären implantatsteile bekommt ihr sogar 4500 implantatsteile klingt viel aber wenn man bedenkt dass es 40.000 implantatsteile kostet das letzte level eines legendären implantats hochzuziehen ist das doch schon etwas wenig ein eher kleiner trost naja das ist aber auch ein thema für ein anderes video und das war für mich auch der oder das stichwort denn wir sind jetzt auch schon wieder am ende unseres kleinen anfänger beginner guides teil 2 in dem wir uns mit piloten und implantatsteile beschäftigt haben ich hoffe es war informativ und ich konnte euch weiterhelfen wenn ihr fragen habt schreibt mir das in die kommentare ich werde definitiv darauf antworten wir sehen uns zu einem weiteren beginner guide und bis dahin macht's gut und macht sie fertig